So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nox. Ich habe mich jetzt gerade mal entschieden, da das Problem halt auch gesagt, das mag halt überhaupt nicht aufgenommen werden, das Spiel. Ich muss auch jedes Mal raus tappen und danach muss ich das Spiel neu starten. Das heißt, ich werde das jetzt am Stück aufnehmen, nachher dann in 20 Minuten Parts einteilen. Das heißt, ab sofort gibt es nicht mehr vor jeder Folge eine Begrüßung und eine Verabschiedung am Ende, sondern werde ich jetzt am Anfang und Ende der Session jeweils machen. Also zur Vorwarnung. Ich hoffe, dann geht es auch einigermaßen. Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich es überhaupt machen soll, weil mir das mit dem Aufnehmen gerade etwas zu stressig wird. Aber ich hoffe mal, so geht es dann. Spielt nicht mit den Hebeln herum. Ihr habt in der ganzen Stadt das Licht ausgeschaltet. Und? Ich will da mal durch. Was? Ihr braucht doch eh gar nichts, doch relativ hell da draußen. Aber gut, wie gesagt, ich hoffe mal, es bleibt dann jetzt sonst dabei. Uns kommen nicht noch mehr Probleme oder Nichtigkeiten dazu. Er ist so schon gerade stressig genug. Naja, wir haben also Empfehlungen zu schreiben. Dann würde ich das doch gerne mal vorzeigen. Das Schreiben ist in Ordnung. Tretet näher. Das Labyrinth wartet auf euch. Dankeschön. Ich erinnere mich an einen unerfahrenen Jüngling namens Jandor, der genau an dieser Stelle stand. An der Schwelle zum Labyrinth. Bereit zur größten aller Prüfungen. Du bist dem jungen Jandor sehr ähnlich. Leidenschaftlich. Starrsinnig. Und vielleicht etwas zu selbstbewusst. Der Spießrutenlauf wird dich kurieren, junger Freund. Wenn du die Prüfung bestehst, akzeptiert dich Horrendus als Schüler. Also worauf wartest du noch? Du hast einen langen Weg vor dir, bevor du das ehrenvolle Wappen eines Retters des Feuers tragen darfst. Überlebe zuerst den Spießrutenlauf. Okay. Achso, du hast schon gesperrt. Ich habe jetzt auch festgestellt, es gibt auch eine Quick-Save-Funktion. Und eine Quick-Load-Funktion. Sehr angenehm. Okay, dann. Horrendus, hier ist ein weiterer Anwärter, der in die ruhmreiche Armee der Ritter des Feuers aufgenommen werden möchte. Retet näher, Kandidat. Ich bin Horrendus. Die Teilnahme an dieser Prüfung ist seit Generationen eine große Ehre. Ich hoffe, ihr werdet uns und euch selbst nicht entehren, indem ihr versagt. Denn in diesen Hallen bedeutet Versagen den Tod. Nun geht und bringt uns allen Ruhm und Ehre. Na gut, hoffen wir doch mal das Beste hier. Guten Tag. Einmal hier durch, bitte. Willkommen, Kandidat. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Tretet vor und beginnt die Prüfung, auf das ihr in das Chor der Ritter des Feuers aufgenommen werdet. Es geht los. Es wird schon nichts passieren. Ach, sagst du so. Im Namen des Horrendus. Ja! Danke, mir reicht's. Das ist kein gutes Material. Nun gut, der nächste. Viel Glück, Kandidat. Ach, kriegen wir schon hin. Würde ich plündern? Tatsächlich. Das sind aber Sachen, die wir eh schon haben. Wieso habe ich die jetzt für teure Geld gekauft beim letzten Mal? Interessant. Nee, ich bin dies. Nette Truhe. Gut, Gold können wir halt immer gebrauchen. Das passt schon. Da blubbert es. Ah, da ist Gold. Wo wir da hinkommen. Das geht ja auch noch ganz gut. Hey, Erfahrungspunkte. Können wir uns hier wahrscheinlich noch ein paar Spinnen rausholen? Ah, ne. Wobei du. Weniger laufen, mehr sterben. Na gut, dann können wir uns hier auch direkt nochmal... Wenig hochheilen. Hallo, ihr Fässer. Mistake. Wahrscheinlich halt das ein Stück... Na gut. Äh, bisschen mehr als so ein bisschen... Das ist ein läppischer Apfel. Das sollte aber passen soweit. Hallo, was haben wir da noch Schönes? Magie gedöhnt. Ähm... So. Du kannst da mal weg. Und dann sollte ich immer von Stück zu Stück rennen. Dann gehe ich mal. Wo da hinten? Den billigen Plätzchen. Ah, das war knapp, aber mach mal. Das ist ein Heiltrank. Okay, gut zu wissen. Schade, haben wir es glücklicherweise keinen genommen. Da hat jemand Knochen versteckt. Sein Äpfel überfüllt. Na sowas. Da wird allerdings die Karte nicht eingeblendet. Hier ist noch nichts Verstecktes. So viele Fässer hier. Da ist mein Schwert da ganz stumpf beim Ende hier ankommen. Würde ich das noch gar nicht benutzen. Das war mein Steak. Ich gucke mal, das ist ja scheinbar klauen die mir auch tatsächlich Dinge. Kann das sein? Ich habe zwei Steaks jetzt. Okay. Wieder ein wenig gesättigt. Sehr schön. Geltigt wurde der Hebel ja schon. Also es reicht auch, wenn wir dagegen laufen, wie ich sehe. Ja. Weiter geht's. Ich glaube, rüberspringen können wir da knicken, oder? Das geht tatsächlich. Aber jetzt nicht so unglaublich sinnvoll. Und wir können eh da hinten drüber laufen. Von daher. Lassen wir das doch mal. Und sparen uns die Lebensenergie. Jetzt kommen wir auch hier hin. Das sieht mir nach einer Falle aus. Das auch. Da geht's wahrscheinlich weiter. Okay, dann. Können wir das nochmal betätigen? Leider nicht. Und dich müssen wir jetzt platt hauen, oder wie? Na gut. Genau, rennt da mal durch. Anhalter gegen Gift. Okay. Sind wir schon vergiftet? Ich glaube, wir könnten uns hier ein paar Äpfel reinhauen. Das sind beides... Okay, das sind beides heildringen gegen Gift. Gut zu wissen. Ja. Los ist doch hier, Zeug zu zerstören. Und da haben wir leider nicht mehr genug für. Aber hey, wir kommen voran. Es wird, es wird. Oh je. Okay, wie kommen wir da dran vorbei? Es war dein Schicksal, in den Meer zu versagen. Und einen qualvollen Tod zu sterben. Auch Horendus wird mir schon bald zu Füßen liegen. Denn ich, Hecuba, beschwöre das dunkle Zeitalter der Nekromantie und werde Nox unterwerfen. Na ja. Ist ja in Ordnung. Ah, hier außen vorbei wahrscheinlich. Das geht aber auch nicht so wirklich, oder? Nö. Das wird nix. Hm, das gefällt mir jetzt nicht. Wie kommen wir denn da dran vorbei? Springen. Wir können ja nicht drüber springen, oder? Okay, ich glaube, ich habe mein erstes Rätsel gefunden, wo ich nicht weiterkomme. Was gibt's denn? Aber ich habe ja sonst nix an Bewegungsdingern. Wahrscheinlich müssen wir halt wirklich außen vorbei. Mauen kann man die ja nicht. Es ist zu wenig Platz. Es ist echt zu wenig Platz. Ah, okay, aber so geht's. Okay, ich kann... Ja, klar. Haben wir noch Steaks da. Eine Berserker-Ladung. Als Berserker kannst du dich kopfüber in die Schlacht stürzen. Du bewegst dich außerordentlich schnell und schlägst mit übermenschlicher Kraft zu. Pass auf, dass du nicht gegen eine Wand läufst, denn dadurch verlierst du die Orientierung. Wir haben unsere erste Fähigkeit gekriegt. Troll. Äh, Trollen tauchen immer zum falschen Zeitpunkt auf. Ungeschickt und langsam ist der Schlag jedoch gefährlich. Ich halte dich nicht neben einem toten Troll auf der Garda, weil es die giftiger ist. Ich glaube, das haben wir schon festgestellt. Hm, na gut. Gratuliere, Ritter. Euch gebührt dieser Titel. Dankeschön. Nun, wie ich sehe, hast du es geschafft. Gut gemacht, mein Junge. Während du hier warst, hatte Gierhardt einen Unfall mit dem Förderkorb. Jetzt sitzt er im Energieraum tief unter der Stadt fest. Horrendus macht sich große Sorgen um seinen obersten Mechaniker. Wir sollten Gierhardt so schnell es geht finden. Okay, dann müssen wir jetzt Gierhardt zugrunden. Genau, was wir mit den Trollen hatten war. Das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir Gierhardt aus der Kanalisation rauskloppen. Okay. Okay. Jetzt gelangst du durch die Kanalisation zum Energieraum. Okay. Ich muss irgendwas mitnehmen vorher. Sieht aber nicht so aus. Vergiss alles. Der Lastenaufzug ist kaputt. Ich versuche auf einem anderen Weg nach unten zu kommen. Finde Gierhardt. Gewusst. Richtig gut hingekriegt habt ihr das. Richtig gut hingekriegt. So. Hallo, Kondensation. Was haben wir denn da? Normaler Heiltrank. Okay. Rote Heiltrank ist okay. Das ist einmal gegen Gift und einmal gegen Dings. Kann ich das vielleicht auf X legen? Geht das? Sieht erst mal die... Du sollst es nicht wegschweißen, sollst... Nein. Die Schnelltaste legen. Sollen halt nicht. Quark. Und da zieht jemand nur Quark. Äh, Spinne halt hier diese haarigen Unterhöhren vom Leib, um nicht bekannt, um ihr Gift zu machen. Mhm. Ich geb's hier unten jetzt einige Spinnen. So, wir haben jetzt Glück Äpfel. Können weiter. Ich bin mal gespannt, wie du jetzt hier weiterkommen willst, mein Freund. Vielleicht war er das ja. Was kaputt gemacht hat. Ein Riesen-Egel. In Wassernähe sollst du dich immer vor diesen schleimigen... Kämen. Ekelhaft. Kommen sie. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. So, hier hat man auch nochmal eine Möglichkeit, hier unterzukommen. Hier geht's mit den Fallen etwas besser. Aber ich hab jetzt auch das mit dem Ausweichen eher hingekriegt oder drauf. Und daher passt das, glaube ich. Mhm. Ja, ist sogar offen. Wir haben jetzt hier die große Auswahl. Einmal links, einmal rechts. Was haben wir jetzt hier Schönes? Spinne. Geben wir hier noch ein wenig Geld. 25 Gold. Lohnt sich das? Ich weiß ja nicht. Apfel, bitte. Schon geht's uns wieder besser. Aber wir haben Erfahrungsgrunde gekriegt, von daher. So, das ist doch alles Quark. So, lass ich mal schnell hier rüber. So, einen Apfel kann ich mir, glaube ich, noch gönnen. Und, äh... Ach, und genau, einen noch aufnehmen. Wieder einen essen. Jetzt geht's auch hier wieder runter. In Ordnung. Äh... Einmal換et. Äh... Äh... Äh...